ja hallo ich grüße euch hier war ich schon mal vor zwei monaten ist auch schon wieder einiges zerhimmelt worden weiter geh ich hier nicht rein, guck mal was über uns ist geht noch um die ecke rum so das ist schon mal ein kleiner eingang in der zeit wo ich hier zwei monate nicht war ist hier einiges passiert ich weiß nicht was das soll alles zu himmeln ja so wie es früher hier aussah, fuhren hier die backons her ich bin jetzt in einer sache wo ich wenigstens was finde aber kommt ja gleich noch viel schöner so jetzt wollen wir erstmal gucken hier so hier war ein Bergwerkstollen, also Bergwerk da wo ich jetzt gleich hingehe, da waren wir schon mal also ich weiß nicht was das soll hier ähm wieder alles zu himmeln ja das ist mal ein kleiner lost place da oben da gehen wir jetzt hin, da ist ja ein Stollen das sind mal ein paar aber das werden wir jetzt gleich sehen jetzt gehen wir erstmal zu einer ganz alten Mauer irgendwie mit dem 13. Jahrhundert war hier alles, fing das an ich bin mal gespannt schön wiese hier, alles wunderbar hier da oben ist das bin ich mal gespannt ob da auch was gemacht wird oder nicht also ich finde das nicht schön wenn alles zerhimmelt wird aber da kann man ja nichts gegen machen man kann ja nicht rund um die Uhr da gucken das ist jetzt vor zwei Monaten letztes Mal wo ich hier war genau da gehen wir jetzt rein alles wird schön hier verblühen, das ist wunderbar ja jetzt gehen wir mal zu einer schönen alten Mauer Betonmauer so, mal gucken ich muss nur aufpassen, letztes Mal hatte ich da noch irgendwo gesehen so sind wir an der Stelle angekommen hier muss ja irgendwas gewesen sein damals hier fängt die Mauer schon an kaputt zu gehen aber wir gehen ja weiter wir sind ja noch nicht da wo wir gehen wollen wo habe ich das Loch denn letztes Mal gesehen das war weiter hinten also da irgendein Haus damals war oder ein Keller aber ich finde es gerade nicht, doch da ist es hier hier Taschenlampe irgendwas muss ja da gewesen sein aber keine ahnung da liegen die autoteile oder so der baum der eiche die wächst schön daraus ja die natur holt sich wieder alles zurück ich weiß ja hier passiert das war auch vorher noch nicht oder da täusche ich mich, hier war ein Zaun oder so, hier irgendwie ein Zaun entlang so jetzt gehen wir erstmal hier hoch als ob hier irgendetwas drin gewesen ist aber keine ahnung was kann ich euch nicht sagen weil hier kommt die nächste Mauer und die geht ziemlich hoch da wollen wir hier mal weiter gucken oh hier geht es ab, was ist ja hier los hier ist der nächste Schacht keine ahnung was hier war kann ich euch nicht sagen aber ich vermute mal hier war ein Schuppen oder irgendwas war hier damals aber keine ahnung was da hinten ist nämlich noch so ein wie man sieht aber im Ranzug da backelt immer zu viel ja, ich wollte mal weiter gucken naja, noch nicht lange alles jetzt kommen wir gleich erst zum besten aber ich wollte euch erst das hier mal zeigen wer ist mitten im Wald drin ah, ich geh mal hier her hier ist auch irgendwas aufgefüllt worden keine ahnung ab hier ist nämlich wieder alles grün ah, wollen wir hier mal gucken Junge 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 ah, die Ecken kenn ich noch so hier sehen wir mal wie tief hier drunter geht schon interessant hier wie gesagt, ich weiß selber was hier war hier müsste irgendwas drunter gewesen sein oder so, keine ahnung jetzt müssen wir hin kommen das wird schwierig hier hoch mit Meils hier hoch mit Meils Oh, Entschuldigung ich sollte auch was sehen ah ah, ich hab nur noch Gigabyte um was aufzuladen zu laden so, jetzt sind wir hier in der Ecke so, jetzt sind wir hier so, wutsch ich hier wenn ob ich da jetzt hinkomme wo ich hin wollte weil das sieht nämlich aus als ob da irgendeine kleine Bitlo oder ein paar Häuser waren so, jetzt kommen wir jetzt in der Mauer schon hier fängt es an keine ahnung, schon voll Moos hier hier ist alles voll hier ist die Mauer wie gesagt, ich weiß nicht was hier war aber wir müssen hier hoch ups ah, jetzt kommen wir durch Sachen näher hier sieht man es hier sieht man es Schwerbaumstamm hier sieht man es besser jetzt wie gesagt, ich weiß nicht was hier war hier oben kommen wir jetzt auch auf den Weg da geh ich auch grad erst mal drauf boah hier ist ein kleiner Weiher boah, bin ich am schwitzen boah, hier ist ein kleiner Weiher boah, bin ich am schwitzen so, hier hier zu den Schnallen kommen wir jetzt gleich zu den Schnallen kommen wir jetzt gleich das Video wird ein bisschen länger gehen da hinten muss ja irgendwas gewesen sein da hab ich schon mal reingeguckt aber ich hab nichts gesehen wie gesagt, hier ist das Wasser auch ziemlich rot also das heißt hier müsste immer alles abgelagert werden wo so den Berg rein gegraben haben wo so den Berg rein gegraben haben das sieht man ja klar und deutlich alles schön rot schön in der Sonne scheinen darüber rote Schlacke und so ah, jetzt kommen wir hier zum schönsten Punkt überhaupt hier ist ja noch eine Mauer wenn man das so sieht hier jetzt geh ich hier runter ach der fach hier hier